Okay, ich schweiß dir hier da die Rüstung, da die, da die, dein, dein, dein Schild. Was ist denn das für Rüstung? Ist es Ameisenrüstung? Nein, Rüstung, äh, Schild, ein Schild. Rüstung, jetzt Rüstung. Ja, wir brauchen, oder hast du wieder Ameisen alle geholt aus dem Bunker da, bei den Ameisen? Nichts. Oh, gerade eben hat mir jemand mich angerufen. Ja, ich bin sofort wieder aufgelegt. Ja, ist gut. So, wer hat mich jetzt, wo, wo kommt das hin? Rüstung, was soll ich mir da machen? Das war schon ein Schild. Was war ich ein Schild? Was war ich ein Schild? Ja, hätte ich nein gesagt, hätte ich es nicht hergestellt. Du musst das ja, dann schmeiß es irgendwo eine Kiste. Kiste, Kiste. Also Rechtsklick. Oder was? Wie? Rechtsklick ist Schild. Das war's, was ich nicht machen kann. Gucken, was ich machen kann. Der Kneifzange. Fahr mir nicht zu nah. Ist doch nur eine Kneifzange. Ich geb dir auch eine Kneifzange. Bleib weg. Wo, wo du bist. Geh mal hin. Da wackeln die Blätter. Da wartet was auf dich. Gut, jetzt hab ich halt immerhin ein Schild, gell? Das ist jetzt ganz komisch mit der... Mit der... Mit der... War mit der Sache. Ja. Ich weiß jetzt noch nicht genau, mit welcher Sache. Und durch den Felspelz hab ich jetzt noch mehr Leben, als ich normalerweise hab. Das find ich sehr gut. Was? Durch den Felspelz? Durch das Schild oder was? Nein, durch den Felspelz-Smoothie. Dann müsste ich dir auch mal her... Ja, aber das ist doch nicht auf... Lebenszeit, oder? Also bei mir ist es momentan die ganze Zeit voll und bleibt's voll. Wahrscheinlich fühlt es sich nicht mehr auf, aber es bleibt da so voll, weil... Ja. Das ist halt wieder mal drunter. Das spare ich lieber. Hier, dann trinke ich's. Da bin ich zu geizig. Geizig! Ich bin zu geizig! Manchmal können wir auch noch einen Kühlschrank oder so herstellen. Ja! Mach! Dafür bin ich nicht zu geizig! Nein, 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 nein! Haben wir den schon erforscht? Hallo? Weiß ich nicht. Geizig haben wir bestimmt erforscht. Nein, nur noch den Kühlschrank. Ich hab gefragt, ob's einen gibt, und du... Ich bin nicht so geil. Du hast doch gesagt, soll mal den Kühlschrank bauen. Ach. Ja, eben. Es ist keine Frage, gibt's einen? Das ist eher... Es gibt einen, ich bau den! Warte. Wenn du mir sagst, wo es den gibt, bau ich ihn. Wie geht das? Wie geht das? Das ist auf jeden Fall mein Smoothie weg. Ähm. Ich hab keine Ahnung, wie wir das hier benutzt. Sehr gut. Aufschlägt. Ist das irgendwo am Krill? Ich weiß nicht. Da hab ich leider keine Ahnung. Ich nicht wissen. Ich nur in der Stadt. Ähm. Ach so. Moment. Ich scanne mal die zwei Sachen, oder? Die wir jetzt neu haben aus der Kiste da. Ja, ja. Da musst du halt kurz mal in den Wald rennen. Oder willst du es kennen? Ist mir komplett egal. Ja, viel Spaß. Ja, danke. Aber wir müssen auch gar nicht mehr in den Wald rennen. Wir können doch einfach da hinten. Ja, stimmt. So, gleich um die Ecke. Bei der geltenden Markierung, gell, da hab ich auch welche gefunden. Äh, so'n, so'n, so'n Dingsbums Außenpostel. Ja, haben noch auch wieder keinen Tau-Sammler, fällt mir grad auf. Oh, grad eben hat grad vielleicht wieder jemand versucht, bei mir anzurufen. Also. Ah ja, du bist halt ein Gärtermann. Kriegst du schon wieder A-A? A-A. An. Nee, ich sing nicht A-A. Nicht Andi. Nein. Der ruft nicht unter Anonym an. Na, vielleicht. Als kleiner Scherz oder so. So. Man kann nicht scannen. Warum kann ich denn die Dinger nicht scannen? Ungültiges Objekt. Ungewöhnlich. Ich kann's nicht scannen, gell? Das ist schlecht. Ich weiß jetzt ja nicht, was das sein soll. Level 8, Level 9. Ach, man sieht, was man jetzt so freischaltet an Rüstung und Waffen. Level 8. Da haben wir jetzt die Klinge freigeschaltet. Und noch nen Bogen, gell? Nen stärkeren Bogen. Ich glaub... Oh, vielleicht nen Giftbogen, gell? In der Klinge, die ich habe, ist auch ein Bogen drin. Also, meine kann jetzt keine Pfeile verschießen, aber in der, im Level 8 ist ein Bogen drin. Und der sieht so aus wie meine Klinge so ein bisschen. Das ist der Bogen wahrscheinlich, den ich habe. Ach so. Und bei Level 10, oder eher gesagt, Level 11 gibt's noch mal ne Waffe, Level 10 gibt's auch ne Waffe, Level 12 sieht's aus, als ob wir da ne fette Axt bekommen, Level 13 irgendeinen Hammer, 14 kriegt man auch nochmal ne böse Waffe und 15 anscheinend so ein Durchschwert, Dingsbums. Und ich kann dir Sachen kaufen. Wir brauchen mehr Unkrautstänge. Läuft. Unkrautstänge. Ach, ich weiß, dass wir mal die Dinger einlösen können, diese Milchmolare, gell? Und für was, was soll ich sagen? Ich bin hier drüben am Ding, was ihr letztes Mal gefunden habt, gelbe Markierung mit einer Fahne. Hier kann ich diese Milchmolare eintauschen. Ich kann dir Sachen kaufen. Ausdauer kann ich kaufen. Oder Gesundheit kann ich kaufen. Hunger kann ich hier kaufen. Heilung kann ich hier kaufen. Ich kann jetzt die ganzen Sachen reparieren von uns. Ah, okay. Also, man kann sogar maximale aktive Mutationen kaufen. Also, Heilung kann ich mal kaufen. Oha. Das geht ja voll ab dann. Hunger, Durst, Abzug kann ich mal kaufen. Ich bin voll geholfen. Max Ausdauer und maximale Gesundheit. Wir haben drei Milchmolare. Achso, ich habe drei und du hast auch drei Milchmolare, oder? Ich glaube, wir haben beide drei. Oder? Ja, wir sammeln die, glaube ich, zusammen. Oder hast du schon mal einen Zahn kaputt gemacht? Nö. Dann sammeln wir das zusammen. Vielleicht ist das ja für uns beide dann. Oh ja. Es gibt sogar Mega Milchmolare, gell? Nee. Mega Milchmolare. Da steht, maximal Verbrauchsgegenstandstapelgröße. Verbrauchsgegenstandstapelgröße. Dann gibt es noch maximale Rohstoffstapelgröße und maximale Pfeilstapelgröße. Was ist das alles? Ja, dann kannst du mehr Pfeile stapeln. Oder mehr Rohstoffe stapeln. Oder mehr Verbrauchsgegenstandstapelgröße. Stapel, Stapel, Stapel. Was willst du? Was soll man nehmen? Oder was weiß ich, ob das jetzt zusammen geht oder nur getrennt. Gesundheit, Ausdauer, Hunger, Durst, Abzug, Heilung oder... Aktive Mutation. Aktive Mutation, natürlich. Wir hätten drei und das kostet drei. Die anderen kosten alle eins. Ja, mach. Wo ist das? Wo bist du? Habe ich dir 300.000 Mal gesagt. Bei der gelben Fahne. Ich bin nicht beim Börgel. Ich bin bei der gelben Fahne. Ich weiß halt nicht mal, welche gelbe... Was für eine gelbe Fahne... Gelbe Fahne. Irgendwo sieht man es sogar, wenn du dich umschaust. Da ist ein gelber Fahne mit einer Fahne. Mit einer Fahne. Mit einer Fahne. Nein, das ist ein Pusteblume. Nein, das ist grün, nicht gelb. Gelb sieht anders aus. Gelb habe ich hier nicht. Dann bist du entweder blind oder ich blickst auch nicht. Du musst aufs Wasser schauen, gell? Ausdrucken. Da wurde sonst... Wo bist denn du? Ja, hier hinten. Das habe ich damals gefunden. Da habe ich noch nie. Was zum Geier? Wo? Egal, ich kaufe mir das Unterste, gell? Ja, ich bin der Unterste. Ja, die ich auch zusammen kaufen kann. So, gestärkt gekauft. Wenn nein, können wir uns... So, dann wissen wir auf jeden Fall, was wir holen. Und es gibt hier auch noch andere Sachen, gell? Ich kann hier Aufgaben vom Bürgel annehmen. Quest. Und ich habe hier einen Science Shop. Da kann ich die Punkte einlösen, die wir haben. Ja, das geht auf jeden Fall zusammen. Das weiß ich. Okay. Hier gibt es auch ein Funkgerät. Es gibt eine Rohstoffsuche. Ach, Rohstoffsuche. Bist du da hochgekommen? Auf der anderen Seite gibt es den Stecken. Na, komm hoch. Da gibt es den Stecken. Da kannst du hochlaufen. Da gibt es auch ein Scangerät. Wir müssen nicht in den Wald zurück. Das ist mein Lieblingsamt jetzt. Jetzt haben wir nicht hier die... Hier drin. Nein. Anliegt's. Wo? Beim Computer. Beim Computer. Ich habe noch drei Zähne. Ach, okay. Dann ist es getrennt. Okay, dann können wir uns selber das entscheiden. Aber ich hole mir natürlich auch die... Sollen wir eigentlich noch zwei Marienkäfer-Testweise töten? Wir hätten nur einen von drei bisher getötet. Oder Kriegermeißen könnte man auch platt machen. Davon haben wir zwei von fünf. Ja, wir machen die Missionen jetzt. Ja, ja, weil das sind Burgle-Missionen und ich will mal die Dinger... Ich will wissen, was die Kneifzange kann. Ich will dich am liebsten mal eine Dierne runter machen. Ich sehe dich gar nicht. Hinter dir. Blut Papier. Was ist das für ein Euro? Kann man den kaputt machen? Ne. Ein Euro? Das ist kein Euro. Es ist halt so arsch-dunkel. Der machte Fäkel an. Ich habe schon gesehen, dass man so eine Unterwasser-Lampe herstellen kann. Die müssen wir uns ja mal herstellen. Eine Unterwasser-Birne. Willst du das mal abreißen, was Sütter gebaut hat? Oder bleibt das? Ja, das sollte man abreißen. Du musst nur das Ding, was die hält, kaputt machen, glaube ich. Dann geht alles andere auf. Hm, wir sehen uns um. Euuuh. Oh. Achso, die kriegst du auch nicht hier rüber Du kannst sie schießen Wie, ich krieg die da nicht rüber Schießen Ja, und jetzt Nochmal am Rand, dann kommen sie zu mir Bist du soweit? Ja Mein Gott Jetzt komm rüber Schelf mir Werfen Nicht erschlagen Man muss einen Unterschied dazwischen erkennen Hallo, ihr habt die 8 Sekunden Ich kann das nicht mehr Ich kann das nicht mehr Ich kann das nicht mehr Ich tue mich rein Schön, ihr meint die Dinger hier drüben Guck mal Oh nein Was sind die Dinger? Habe ich ja noch ein bisschen Schiebstät Ah Habe ich Ich lege die mal irgendwo hier ab, wo wir sie brauchen Aber die verschwinden eh nach einer Zeit Tu sie halt Tu die halt hier rein Du hast doch extra die Dinger da gebaut Ja Ja Jetzt dann kann man es doch Die verschwinden nach einer Zeit die Dinger, gell? Achso, okay Dann brauche ich es nicht Was? Ne, das Essen, das verschwindet nicht auf dem Grill Aber die Dinger verschwinden Ja, mein Magen verschwindet Naja, dein Magen Ein fetter Magen Soll man schlafen gehen? Wie viele Uhr ist denn überhaupt? Äh, das ist schnell gut Drei Uhr lohnt sich Aber Ich würde dir auch empfehlen Dir solche Smoothies herzustellen Ne Wir können ja mal auf einfach Milchzahnjagd gehen Braucht man da nicht Hammer 3? Doch, ich hab einen Kann ich meine Axt reparieren? Wir kriegen die Punkte, die Dinger jetzt zusammen Deswegen Das ist eine Axt Aber dieses Movie sollte Studier wirklich herstellen Ah, so kann man reparieren Achso, ah, die sind da oben Hab ich Warum hab ich zwei Hammer im Inventor? Kann mir das einer erklären? Mein Gott, warum hab ich eigentlich alles doppelt? Es ist ja voll nervig, wenn man die ganze Zeit die Sachen da einzeln reinziehen muss Eben Eben, Kollege Ne, geht's nicht Man muss nur drauf drücken Okay Wir haben können ewig viele herstellen Also kannst du gerne welche machen Wie? Unendlich? Ja Also gefühlt unendlich Wir haben so viel momentan In dem Ding Wo drückt man da drauf? Pflanzenphase Herstellen Oben steht Kreativmodus und Herstellen Steht gar nichts Doch Geh mal da rein Da war ich nicht drin Toll Rezepte Kreativmodus Rezepte Ja, was jetzt? Und dann? Was soll ich da nehmen? Und dann auf Rezepte Und dann den Den Trank, wo ich dir gesagt hab Welcher? Diesen Felspelz Welcher?